hallo ihr lieben heute habe ich mal was für mich tatsache auch sehr anderes nachdem ich ja mit dem heißkleber mich mal ausprobiert habe dachte ich dann muss ich das andere jetzt auch ausprobieren und habe mir so eine styropor kugeln geholt ich hätte gerne schon halbiert gehabt aber gut sollte nicht sein und dementsprechend habe ich dann erst mal angefangen die ganzen styropor kugeln zu halbieren wer das titelbild nicht richtig gesehen hat das wird jetzt eine leinwand werden die sieht aus wie so ein bisschen galaxie mäßig was ich halt für mich persönlich sehr sehr schön finde ich mag es ich mag das ergebnis auch sehr klar wer genauer hinschaut der sieht dann so die kleinen mängel aber ich persönlich ich mag es steht bei mir und dementsprechend wer was bei mir immer so stehen bleibt das hat immer viel zu bedeuten weil ich bin dann halt eben auch wenn es mir nicht so richtig gefällt dann pack ich es halt auch zur seite und mach es dann erst mal für vielleicht später mal oder ich ändere es noch mal zum beispiel und aber nein das bleibt jetzt so erst mal stehen ich habe dann nachdem ich die styropor kugeln halbiert habe sind unterschiedliche größen wie ihr seht weil sich das einfach schöner macht so schöner aussieht und dann habe ich so ein bisschen versucht die ganzen aufzuteilen von den großen hatte ich nicht ganz so viel also dementsprechend habe ich die dann halt weiter verteilt und genau um dann einfach so ein gewisses gefühl zu haben wo packe ich die kugeln dann hin dann fehlt mir noch ein paar kleine die da nicht schlecht rein gepasst haben und aber das ist halt immer so ein bisschen unterschiedlich ist auch ein bisschen geschmackssache vielleicht wer für dem einen oder anderen schon das ganze ein bisschen weniger gut gewesen ich wollte mehr und habe dementsprechend noch ein paar kleinere kügelchen nachgehalbiert und dann ist der heißkleber auch schon dran habt dann dementsprechend die ganzen kugeln auf der leinwand befestigt ich habe übrigens 08 15 leinwand also wirklich nichts besonderes es gibt ja immer noch richtig tolle mit sehr dicken leinwänden und bei mir ist es jetzt wirklich 0 8 15 wo wirklich keine ahnung drei euro fünf euro leinwand ich hatte ja jetzt letztens festgestellt dass bei td die leinwände mittlerweile alle ein bisschen teurer geworden sind ich hatte noch eine leinwand mit einer bestimmten größe und die habe ich vorher drei euro für bezahlt jetzt habe ich fünf euro für bezahlt also überall wird es teurer aber wer gerne bastelt glaube ich der weiß wo er zumindest das relativ günstig bekommt auch wenn es teurer geworden ist da wo es sonst günstig war ich glaube das muss jeder für sich gerade schauen ob er gerne bastelt und das geld dafür ausgibt oder nicht ich gebe es gerne aus weil ich das für mich für meinen seelenfrieden halt so ein bisschen auch brauche und dementsprechend also wie gesagt schaut da einfach so ein bisschen und ja ja ich habe dann die ganzen kügelchen ja aufgeklebt und dann habe ich sie so ein bisschen schön mit farbe versehen also ging es los mit der farbe ja und bei der farbe habe ich mich dann so ein bisschen mit dunkler grau blau lila goldfarbe eingeschossen gehabt weil das für mich so das widerspiegelte was da so ein bisschen für mich eine galaxie ist ich habe auch noch ein helleres rosa mit reingepackt aufgrund dessen weil das eben halt das ganze noch mal ein bisschen aufgehellt hat und aber auch da wäre zum beispiel dass vielleicht ich weiß gar nicht als was man vielleicht noch sehen kann manchmal ist man ja so festgefahren aber man kann damit ja so unglaublich viel eben auch machen und ich bin übrigens inspiriert worden von einem tik tok ich kann euch leider den tik tok kanal nicht mehr verlinken aufgrund dessen weil ich es mir nicht gemerkt habe und habe dann eigentlich nur noch mehr gemerkt mensch das will ich auch machen und diejenige hat es zum beispiel nicht als oder derjenige ich weiß es nicht als galaxie gesehen sondern hat so ein bisschen als moderne kunst eben gemacht hat den hintergrund weiß gehabt die styropor kugeln hat er dann oder sie in schwarz gemacht und es hat auch wunderschön gewirkt wie gesagt ich habe es eher als galaxie gesehen mit den ganzen planeten und oder stern je nachdem wie man es dann sehen möchte und ja ja ich habe mich dann so ein bisschen farblich ausgetobt bin natürlich auch manchmal ein bisschen drüber gerutscht über die ganzen sachen geht bestimmt auch noch anders ich hatte zwischendrin überlegen vielleicht hätte ich die momen vorher an malen sollen okay war dann eh zu spät also dementsprechend habe ich dann das beste draus gemacht habe also wie gesagt das schwarz das blau so ein bisschen halt dementsprechend auf der leinwand verteilt habe dass er habe die styropor kugeln noch frei gelassen den klecks übrigens habe ich noch so ein bisschen weggemacht bzw kaschiert bekommen und genau und dann bin ich mit dem rosa noch mal drüber gegangen um da diesen rosé schimmer mal reinzubringen und wie gesagt es ist auch alles geschmackssache man hätte jetzt auch vielleicht auch noch mal mit dem weiß reinmachen können und habe da auch versucht so ein bisschen die lücken zu füllen und dem ganzen dann eben diesen schimmer zu geben und als ich damit dann fertig war habe ich es auch ganz kurz mal trocknen lassen aufgrund dessen damit dann eben das ganze nicht zu sehr verschwimmt und habts dann dementsprechend dann auch das gold bzw das gelb gemacht ja wer gerne übrigens meinen kanal abonnieren möchte darf dies sehr gerne tun ich freue mich gerade sehr dass da ganz viele dazugekommen sind viele sind über die short videos dazugekommen da habe ich dann eher keine bastel videos halt hochgeladen sondern eher mehr so ja wie soll ich sagen meine urlaubseindrücke so ein bisschen mit verwirklicht und oder auch meine meerschweinchen die beide übrigens ernie und bert heißen habe ich da eben auch so ein bisschen mal gezeigt wie sie so leben wie sie fressen wie sie sich benehmen und dementsprechend da sind halt ein paar von den neuen abonnenten dazu gekommen ich freue mich aber wie gesagt über jeden einzelnen und schreibt mir das tatsächlich sehr gerne was ihr euch vielleicht auch wünscht an videos an themen ich versuche da einfach so ein bisschen gerade so einen schönen mittelweg zu finden um so ein bisschen alle abzuholen wo sie halt sich gerade sehen wie gesagt das war jetzt so ein bisschen mit den short videos war jetzt eher so ein bisschen durch zufall weil ich das als ich im urlaub war ende september eben begonnen hatte und genau also aber da war eben zeit weniger basteln und oder auf musik oder so ne also es war jetzt alles ein bisschen anders als jetzt eben auf dem haupt video kanal ich weiß gar nicht wie man das unterscheidet also ich weiß dass es mittlerweile auch youtuber gibt die unterteilen dass die haben sich noch ein short video kanal angelegt weil sie das halt gerne teilen wollen verstehe ich auch total hatte ich auch kurz mal drüber nachgedacht aber ich glaube das sind so viele kanäle die man miteinander dann bespielen muss oder möchte oder zeigen möchte sind ja auch unterschiedliche formate das heißt ein short ist immer im hochformat mein youtube letztendlich ist im querformat und dadurch glaube ich glaube ich ist das so viel auch instagram tik tok sind allem hochformat das heißt man zeigt dann halt unterschiedliche formate und den stress will ich mir eigentlich nicht machen und das nicht weil ich euch dinge nicht zeigen möchte sondern weil ich ich arbeite hauptsächlich ja noch hauptberuflich und möchte da einfach das was ich euch zeige halt auch gerne mit viel liebe und mir die zeit dann auch nehmen schlimm genug dass ich mir bestimmte sachen nicht so die zeit nehmen kann aber ja wie gesagt sagt mir auch gerne wenn ihr das gerne mal bestimmte sachen sehen wollt dann werde ich das selbstverständlich versuchen zum mit zu berücksichtigen und habe eben auch schon ein paar videos jetzt so in petto um zu gucken was ich so gebastelt habe es waren jetzt ein paar neuere sachen bei und habe jetzt auch noch ein paar sachen hier die ich jetzt gerne ausprobieren möchte und bin schon sehr gespannt also dementsprechend ja also ich freue mich über jeden abonnenten über jeden daumen nach oben über jeden kommentar also kommentar sowieso nur davon kann man leben bitte immer darauf achten kritik auch nett zu formulieren der ton macht die musik und ich hatte jetzt auch schon kommentare die waren nicht wirklich nett die waren sehr beleidigend und das glaube ich muss zur heutigen zeit nicht sein wir haben glaube ich alle ganz viel im kopf und so viel stress überall da müssen wir uns nicht noch gegenseitig irgendwie niedermachen und ja so ihr seht ich male hier fleißig vor mich hin und und habe es jetzt einfach mal ein bisschen gekürzt damit das video nicht extrem lang wird ich hatte zwar ursprünglich überlegt ob ich euch wirklich alles mit rein mache aber es gibt einfach tätigkeiten wie ihm dieses anmalen es dauert und braucht seine zeit und ich glaube da müsst ihr nicht durchgängig zuschauen ich hoffe dass ihr für euch dann ein schönes bild findet eine schöne möglichkeit wie gesagt ich finde es so so schön und habe mich da auch sehr drin verewigt so ein bisschen bestimmte sachen wie gesagt hätte ich total gerne auch noch anders gemacht beziehungsweise ein paar patzer aber wenn man die wirklich irgendwo hinstellt und man so vom weiten schaut die fallen nicht auf also dementsprechend traut euch da auch gerne ran das ist überhaupt nicht schwer wie sage ich immer wenn ich grobmotoriker das hinbekomme kommt ihr das auch hin ich habe das irgendwie ich gehe auch immer zum sport noch bei mrs sporti und die haben ja immer so übungen die sind nicht so einfach jetzt vom grobmotorischen her da lasse ich manche sachen weg also dementsprechend also ich kann in der regel nicht arme und beine gleichzeitig das funktioniert bei mir nicht bei den übungen und dementsprechend mache ich oft nur die beine nicht die arme und aber ja also dementsprechend wenn ich die meisten sachen hinbekomme dann könnt ihr das auch als kleinen sneak peek vielleicht auch schon ich habe so ein bisschen mal geschaut was kann ich für euch auch gerne noch mal ausprobieren es gibt ja so techniken ich glaube die kennt glaube ich jeder traut sich aber vielleicht auch nicht ran und weiß nicht genau wie er es machen soll und habe zum beispiel strukturpaste in petto ich habe brandmalerei im petto und glasgrafur dann habe ich auch schon eine weihnachtsdeko gemacht das werde ich glaube ich vor dem ersten advent hochladen weil damit ihr dann noch die zeit habt euch um die deko und so zu kümmern so wie ich es gemacht habe ich glaube vieles werdet ihr vielleicht auch da haben und weil so ein bisschen weihnachtsdeko glaube ich hat jeder zu hause und weiß manchmal gar nicht oh gott wo soll ich damit hin ich habe auch einiges an deko hier ich muss unbedingt mal so ein bisschen um sortieren wieder und schauen dass ich das so ein bisschen ich sage jetzt mal aufräume damit jeder so ein bisschen damit ich da einfach so ein bisschen wieder struktur reinkriege in meine deko weil gerade wenn weihnachtsdeko ich mache nicht viel weihnachtsdeko ich bin nicht der große weihnachtstyp hab da nicht so weihnachten war noch nie mein 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 gefühl zu aber so ein bisschen hatte ich jetzt die letzten ein zwei drei jahre hingestellt ich hatte auch schon jahre wo ich gar nichts gestellt habe und aber so ein kleines bisschen hatte ich jetzt die weihnachtsdeko die ich gebastelt habe die welche jetzt mit zur arbeit mitnehmen und die pilze übrigens die ich als herbstdeko gemacht habe mit dem heißkleber habe ich auch mit auf arbeit genommen die stehen jetzt also da die begrüßen mich frühest immer weil wir haben da so ein timer an lichten mit drin und das heißt der timer geht halt an und wenn ich dann komme sind die lichter auch schon an also dadurch ist es halt was schönes ja hier habe ich jetzt noch die ränder mit so mehr gold reingemacht damit dieser effekt dann noch mal so ein bisschen reinkommt da das ein bisschen dunkler ist wirkte das auch ein bisschen 3d mäßiger also dementsprechend da ist es da auch nicht schlecht dass das so ein bisschen ist ich habe dann auch mit zum gelb weiß noch so eine sprengel hingemacht die so ein bisschen wie weit entfernte sternchen sind ich hätte mir gerne ein bisschen mehr gewünscht aber ich weiß nicht ob ich dafür tatsache dann grobmotorisch veranlagt war und es nicht so richtig hinbekommen habe oder der pinsel dafür ungeeignet war weil ich ja immer relativ feste pinsel nutze nicht diese fluffigen ich mag diese fluffigen immer nicht das mag ich aber auch beim schminken nicht aufgrund dessen weil ich das nicht angenehm finde und irgendwie hat sich das aufs malen eben auch mit eingebürgert und aber wie gesagt so ein bisschen sind die sprengel zu sehen und ich hatte leider keine nähe und farbe sonst wäre das glaube ich auch mega rüber gekommen ich zeige euch zum schluss erstens das ergebnis noch und dann auch noch mal bilder wo ich es im dunkeln habe damit dann so ungefähr auch zu sehen dass das das wirklich auch so schön zur geltung kommt also wie gesagt ich kann mich nur wiederholen wieder probiert gerne aus und schreibt mir gerne wenn ihr das dann ausprobiert habt guck mal ob ich ich vergesse das leider immer das tut mir total leid meine instagram account mache mit rein linke dann könnt ihr dort mal schauen und mir das vielleicht auch mich in der story mal verlinken und ja vielleicht habt ihr daher dann so ein bisschen bock ja da ist mir übrigens ein großer weißer klecks passiert also es hat auf jeden fall spaß gemacht also es war unglaublich schön sich da einfach mal ein bisschen größer auszutoben sonst habe ich ja mal kleine bilder oder eben dieses acrylic pouring hier war ich wirklich ich glaube hier war ich den ganzen tag mit beschäftigt und konnte mich da einfach so ein bisschen kreativ malerisch ein bisschen austoben und fand das echt schön ja dann zeige ich euch gleich noch die ergebnisse oder das ergebnis besser gesagt gesagt zeigt euch da auch noch mal ein bild damit ihr ungefähr seht wie es dann im dunkeln aussieht und wünsche euch da auf jeden fall schon mal ein schönes wochenende weiterhin und restwochenende einen schönen sonntag und ich hoffe bis nächste woche mal ein schönes wochenende Untertitelung des ZDF, 2020